Was in der letzten Folge geschah? Oh, Alkohol. Wo ist Alkohol? Warte, ich mach. Nee. Ich hab's dir weggenommen. Von mir im Brennpunkt. Mmh, lecker. Knochen. Lecker, Eichel. Was? Warumst du ziemlich hab Angst? Ja, liegt echt noch viel. Aua, Licht aus. Was ist das? Freiheit, Tim. Ja. Aber ich will keine Freiheit. Nix, Freiheit. Aber vielleicht können wir Medizin im Dorf finden. Oh, Alter, ich dachte hier steht grad einer. Nö. Ich will noch mehr. Ach, hier ist noch ein Weg, wo wir runter können. Komm mal. Ich muss die Musik mal ausmachen. Ich glaub, die geht grad von alleine aus. Oder? Keine Ahnung. Ich glaub bei mir im Hintergrund. Ich muss mal mitnehmen. Ach, hier. Ne. Das war hier ziemlich viel Sprengstoff. Alter. Ach du Kacke. Medizin. Der Pinsel. Alter ist noch so viel. So viel. Wie kann ich denn auch mitnehmen? Ach ne, ich schweiß alles wieder weg gleich. Und Trink und Seil und alles. Trink was. Ist so viel. Ja, wie kann ich denn die Musik ausmachen, bitte? Ich hab die Axt, die moderne Tim, die liegt hier. Okay, geil. Die ist besser. Ja, ich weiß. Du hast dein Dings an, Tim. Was? Ne Mikro, da. Oh. Und dann so, oh, oh. Alter, geil. Alter, so viel Dynamit. Ich will eins werfen. Einfach nur trinken, einfach nur trinken, weil es kommt. Tim, weg da, schnell. Ah. Ich hab die moderne Axt. Hallo Leute, ich bin's nochmal aus dem Schnitt und danke an Lenny, dass er vielleicht meine Axt in die Luft geschwenkt hat. Hier seht ihr nochmal, dass sie da eigentlich lag. Ja, richtig geil. Bei mir lag die hier oben oder so. Hier oben oder so. Irgendwie so. Ich hab sie. Hä? Hier. Wo liegt sie denn? Dahinter oder so? Wenn ich mal so... Ich hab sie sie weggeholt. Hä? Ist sie genau hier? Ja, irgendwo hier drauf oder so. Keine Ahnung. Hä? Aber wo ist denn jetzt hier, äh, ne? Keine Ahnung. Wieso geht dauernd mein, äh, mein Licht aus? Deswegen hab ich aber nichts zu sehen, weil du da was. Und ich hab dein Licht benutzt. Hä? Ich, äh, hier ist einfach nichts. Ja, ich seh's halt einfach nicht da. Okay, geil, komm. Boah, ist ja alles weggesprengt. So was find ich richtig behindert. Ja. Oh, da, da, da. Pfff. Äh, na. Bogen, 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 bogen. Das Haarspear mach ich auch noch an meinem Rucksack. Äh, wir machen so... Ich mach, äh, au. Oh, hallo. Ne, da waren wir aber schon. Aber wir können... Ja, aber... Aber warum haben wir denn die Hürde da nicht gefunden? Äh, die, ich hatte die vorher schon gesehen, aber dann... Sind wir irgendwie doch anders gelaufen. Da müssen wir da jetzt mal was essen. Schiech. Die Schuhströte knabbert an der... Ich hab grad meinen letzten Riege... Achso. Hier geht's nicht weiter. Ja. Wir können ja mal rausgehen, oder? Ja. Ah. Äh, nee, nee. Tein Gesicht... Ist so schön rot. Sorry, war kurz weg. Ja, ich hab mich grad befriedigt. Alles klar. Ah ja, hier war doch die große Räume. Ich hab dich grad befriedigt. Ihr war doch die Höhle. Also mein Charakter hat nur den ganzen so... Ach, 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 Account. Ich hab mich grad... Geht's weiter... Hä? Hä? Wo geht's hier weiter? Hier glaub ich. Diese Ausdauer... Lenni, du hast ja was vergessen. Zeit. Was? Was hast du, was hab ich vergessen? Zeit. Zeit? Ja. Ach, egal. Hä, versteh ich nicht. Ist okay, Lenni, nein. Zack doch. Zack, jetzt will ich's wissen. Hä, versteh ich nicht. Hat ich das... Dehn, Junge, schuhe? Anziehen? Junge, ich hab meine Sneaker an. Das war der Dunker, ja. Ich muss meine Schuhe noch anziehen. wir sind die habe ich überhaupt schon gebaut ich glaube nicht gebaut man die schon. Oh ja Lenny das ist geil. Das ist geil. Oh ja richtig gegen die Wand drücke. Geil ey geil. Geil man geil. Porsche Cayman S Jungs. Jawoll ja. Geil man. Geil 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 geil. Porsche Carina ist geil. Porsche Carina Alter. Diese Wurzel. Böchste Gruppe man. Danke man. Danke. 15.000 Euro im Monat. Ja. I see the Seil. Ja. I see the Seil. Ja. Das Seil macht mich geil. Ja. Und geil macht dich sehr schön. Vielleicht ist das Seil auch geil wegen mir. Das Seil ist geil bei uns. Ich bin hier drinnen. Ich kann sein. Ich kann deine Augen sehen und dein Gewiss. Deine Augen sind rot und das sieht eklig aus. Was machst du mit deinen Händen an meinen Beinen? Ich berühr sie. Und du weißt, dass es geil ist. Mhm. Mhm. Bis zum nächsten Mal.